Hallo zusammen, ich wollte mal eben kurz eine Ansage machen, weil wir schon so lange kein neues Video von unserem Projektbike mehr gepostet haben. Das hat einen einzigen Grund und der ist unter mir. Ich war leider beschäftigt mit anderen Sachen. Ahoi! Aber was steckt! Geil, ey! Komm, lass mal ein Börner sehen! Börner sehen! Naja, aber das Fahrwerk hält das Ding echt sackgut am Boden. Das ist uberstabil, ne? Ja. Das war schon grenzwertig, aber geil. Ich glaub, ein paar Mal fahren, dann ist das schon richtig geil. Trotz Flatpedals und Clicky-Schuhen bin ich direkt über so ein paar kleine Wellen gesprungen. Ich hab echt nur gedacht, war egal. Ich hab den letzten Mega auf jeden Fall gewonnen. Mindestens, oder? Mindestens. Donald Ratzenberg auffahren, geil. Ja, muss ich sagen, für die ersten paar Meter mit einem 29-Zaller ist das Ding super. Sehr geil. Gar nicht mal so sperrig, wie ich gedacht hatte. Für Stein und Rüll ist es voll hart. Aber du musst wirklich schon, wenn du in eine Kuh willst, richtig vorne wohl über tun. Jetzt mach ich das Rad wahrscheinlich gar nicht mehr groß sauber, sondern bringe es einfach zu Eurobike und da kann sich das jeder gerne angucken, der vorbeikommt. Ich hoffe, wir sehen uns und danach geht das Projekt weiter. Bei der Fertigung und so, da hatten wir jetzt einfach keinen Nerv zu und wir wollten einfach das Fahrrad fertig kriegen und Spaß zu haben. Reingehauen, tschüss. Tag hier, bis zum Schluss. Ich habe das eine. Bis zum Schluss. Wenn der Fertigung der Fertig ist, dann kann ich den Knut. Dann kann ich das noch einen Knut auf ein Knut auf einem Knut zu machen. Dann kann ich etwas weiterentwickeln.